Heute arbeiten wir mit einem Material, das gleichzeitig fest und flüssig ist. Solche Materialien nennt man nicht-newtonsche Flüssigkeiten. Eine nicht-newtonsche Flüssigkeit lässt sich leicht herstellen. Dazu braucht man nur Maisstärke und Wasser zu mischen. Normales Wasser, Öl und die meisten anderen Flüssigkeiten verhalten sich den newtonschen Prinzipien entsprechend. Wirkt eine Kraft auf sie ein, so beginnen sich die Flüssigkeitsschichten entsprechend der newtonschen Bewegungsgleichung zu bewegen. Dabei ist die Viskosität ein Maß für die C-Flüssigkeit. Je größer sie ist, desto dickflüssiger und damit weniger fließfähig ist die Flüssigkeit. Es gibt aber auch Flüssigkeiten, die ihre Viskosität und damit ihre Fließeigenschaften unter Krafteinwirkungen ändern und daher nicht den von Isaac Newton entdeckten Prinzipien entsprechen. Solche Flüssigkeiten, bei denen sich die Viskosität mit der Geschwindigkeit bzw. abhängig von der einwirkenden Kraft ändern, nennt man nicht-newtonsche Flüssigkeiten. Schlägt man mit einem Löffel auf Wasser, so spritzt es und von dem Punkt, an dem der Löffel auftrifft, gehen Wellen aus. Schlägt man auf den Maisschleim, so entstehen keine Wellen. Beim Auftreffen verhält sich der Schleim wie eine feste Oberfläche. Übt man Druck auf den Maisschleim aus, so wird er härter. Man kann sogar einen Ball daraus formen. Lässt man jedoch locker, so rinnt er sofort durch die Finger. Wenn man einen Ball in die Schüssel mit dem Schleim fallen lässt, sinkt er nach dem Auftreffen nur langsam ein. Versucht man ihn wieder herauszuziehen, so fühlt es sich an, als würde das Gemisch den Ball festhalten. Bei Treibsand tritt dasselbe Phänomen auf. Auch Blut ist eine nicht-newtonsche Flüssigkeit. Blut wird jedoch unter Krafteinwirkung dünner. Dadurch kann es auch durch kleine Blutgefäße, sogenannte Kapillare, noch immer gut durchfließen.